Warum empfehle ich die A&M weiter? Ganz klar, dieser stetige Fluss an Leads, den wir durchgehend erhalten, die kontinuierliche Arbeit weiter im Unternehmen, das größer und besser zu gestalten. Jedem, der ein Unternehmen hat und nicht da sein möchte, wo er gerade ist, sondern mehr Ziele hat, größere Ziele hat, wachsen möchte, empfehle ich auf jeden Fall die A&M. Mein Name ist Nils Wessel, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Rheinwerk West GmbH mit dem Sitz in Bad Honneth und wir machen Photovoltaikanlagen. Die Ausgangssituation war, dass wir noch einen Door-to-Door-Vertrieb hatten. Das heißt, wir hatten Vertriebler, die tatsächlich draußen auf Kundensuche gegangen sind. Und wir haben aber dann relativ schnell mit der A&M gestartet. Und durch die A&M konnten wir dann entsprechend die Auftragsbücher füllen. Mittlerweile haben wir von fünf Mitarbeitern, glaube ich, waren es damals, schon 30 Mitarbeitergröße erreicht. Punkte, an denen wir gemerkt haben, dass wir auch strukturell was ändern müssen, sind eigentlich von Anfang bis jetzt durchgehend immer wieder mal aufgetaucht. Ganz am Anfang natürlich der reine Vertrieb komplett. Mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen intensiver in der Beratung drin. Da geht es um strukturelle Geschichten, die das Unternehmen betreffen und auch natürlich entsprechend voranbringen. Das Hauptlearning aus der Beratung der A&M ist gar nicht, glaube ich, auf ein einziges Learning so hinzuführen. Also im Prinzip, was ich jedes Mal mitnehme, ist, dass wir immer Möglichkeiten finden, uns noch weiter zu verbessern. Sei es jetzt strukturell oder auch in den ganzen Prozessen, die wir haben. Also gerade heute bei dem Termin hier, bei dem Geschäftsführer-Seminar, ist ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, wie viel man eigentlich automatisieren kann, um das Unternehmen halt strukturell ein bisschen einfacher zu gestalten, um den Mitarbeitern Aufgaben abzunehmen. Und das war ein Punkt, ein Learning, wo auf jeden Fall die Aufmerksamkeit sehr da war und ein Licht aufgegangen ist. Der größte Vorteil, mit der A&M zusammenzuarbeiten, ist, dass wir einen stetigen Lead-Fluss haben. Wir können uns eigentlich durchgehend darauf verlassen, dass wir qualifizierte Leads bekommen und das sehr gut steuern, auch das Ganze. On top kommt natürlich noch die stetige Beratung, dass wir durchgehend am Unternehmen arbeiten können, um es einfach besser zu gestalten. Und das jetzt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und wir sind ja jetzt mittlerweile seit zwei Jahren schon in der Beratung. Warum empfehle ich die A&M weiter? Ganz klar, dieser stetige Fluss an Leads, den wir durchgehend erhalten, die kontinuierliche Arbeit weiter im Unternehmen, das größer und besser zu gestalten. Jedem, der ein Unternehmen hat und nicht da sein möchte, wo er gerade ist, sondern mehr Ziele hat, größere Ziele hat, wachsen möchte, empfehle ich auf jeden Fall die A&M. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020